lebensblüten erinnern lächeln verschenken weihnachtsgeschenke wie wärs mit neuen socken oder doch einer neuen schönen krawatte oder vielleicht einmal was ganz was anderes einen gutschein von lebensblüten für die aufnahme von einer kleinen feinen hörblüte die lebensgeschichte anekdoten erinnerungen festgehalten auf einem hörbuch vielleicht ist es was für euch lebensblüten erinnern lächeln verschenken